Sport in freier Natur, ohne Abgase, also mit 4HS, was so viel heißt wie vier Hundestärken statt Verbrennungsmotorstärken. Gemeint ist das Schlittenhundirennen. Eine Disziplin mit freier Gestaltung und strenger Disziplin. Ein Erlebnis der besonderen Art. Was braucht man dazu? Einen Schlitten, ausreichend Schnee und vier Hunde, denen es auch Spaß macht. Das ist sehr wichtig, das Sozialverhalten. Das versuche ich schon in den jungen Jahren abzugewöhnen. Und drei Jahre braucht jetzt der Hund, bis er fertig ist. Und dann gliedert sich aus, mit was für einem Hund jetzt weitergezüchtet wird. Und er muss auch dann natürlich auch gesund sein, HD-frei und Ausstellungen muss er auch noch besuchen. Eindrücke, die man gerne auf sich einwirken lässt. Und dann gliedert sich aus, mit was für einem Hund jetzt weitergezüchtet wird.